Nimm die Schulter, Herz, Herz, kreis sie nach hinten, lass deine Hand dazu, locker aus dem Handgelenk, lass beide Hände hinein, leicht wippen, locker, lass deine Füße mit, flattern mit den Armen, Achtung! Und dann lande wieder auf deinen Füßen, ein Schwung, dreh Knie und Füße, flattern, schlängeln, oder vielleicht auch streichen, lass die Arme steigen, und lass die Arme langsamer, wundervählich zusammenkommen. Die Füße mit hinein, komm sie wieder mit deinen Füßen, kräftiger! Leichter! Für das poor Americano, mit viel Becken, ihr Speech, wie ein nice Italiener, und start to teach! Lass die Arme steigen! Ein Regenbogen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020